Diese Volleyballübung eignet sich hervorragend für ein Volleyball-spezifisches Aufwärmen und zum Verbessern der Athletik, in Verbindung mit Volleyball-Elementen. Ein Spieler steht am Netz und der andere liegt auf dem Bauch hinter der Grundlinie. Jetzt prellt der erste Spieler den Ball so auf den Boden, dass der andere Spieler den Ball nach einem explosiven Aufstehen zurückspielen kann. Die Knie dürfen beim Aufstehen nicht den Boden berühren. In der ersten Variante wird der Ball, nach dem Aufstehen, zurück an das Netz gebaggert. In der zweiten Variante wird der Ball im oberen Zuspiel zurück Richtung Netz gespielt, worauf der Spieler am Netz einen Angriffsschlag ausführt, welcher verteidigt werden soll. Wenn ihr mich unterstützen wollt, damit die Übungssammlung weiter wächst, lasst ein Like da und vergesst nicht zu abonnieren. Viel Erfolg beim Ausprobieren der Übung Aufstehen und Spielen, viel Spaß beim nächsten Training und vergesst nicht ein Like und Abo dazulassen. Bis zum nächsten Mal.